Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10.026 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Nach der Hautreinigung fühlt Annas Gesicht sich wieder gut an. Nach der Hautreinigung fühlt Annas Gesicht sich wieder gut an. Ich berate meine Kunden über Energiesparmaßnahmen und besonders günstige Kredite. Ich berate meine Kunden über Energiesparmaßnahmen und besonders günstige Kredite. Ich berate meine Kunden über Energiesparmaßnahmen und besonders günstige Kredite. Ich bin in der Lage, mich von negativen Einflüssen abzugrenzen. Ich bin in der Lage, mich von negativen Einflüssen abzugrenzen. Ich mag dein neues Kleid. Wie bewertest du die Qualität dieses Restaurants? Gefällt es dir? Wie bewertest du die Qualität dieses Restaurants? Gefällt es dir? Wie bewertest du die Qualität dieses Restaurants? Gefällt es dir? Ich habe das völlig vergessen. Warum hast du mich nicht früher daran erinnert? Ich muss darauf achten, dass meine Ernährung genügend Eiweiß enthält. Ich muss darauf achten, dass meine Ernährung genügend Eiweiß enthält. Ich muss darauf achten, dass meine Ernährung genügend Eiweiß enthält. Sonst kann ich keine Muskeln aufbauen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und bitte ein Habermü citing. Untertitelung des ZDF, 2020